Fanansturm am Dienstagabend im Elektrofachmarkt Euronics am Westring in Wildeshausen. Der Grund, die Werder Bremen-Kicker Milo Raschika und Luca Plogmann haben in den neuen Räumen des Geschäfts eine Autogrammstunde gegeben. Rund 250 Fußballfans kamen, um sich von den beiden Nachwuchstalenten ein Autogramm und ein gemeinsames Foto mit den Sportlern abzuholen.